hallo leute herzlich willkommen beim moped sport hier mal ein update zu meiner yamaha rd 80 mx die ist jetzt soweit fertig der motor überholt neue reifen sind drauf kettenkit neues lenkkopf lager bumsbeläge ja verschleißteile eigentlich alle neue luftfilter etc für den tüv und ja jetzt mal ein vergleich zum letzten video jetzt mal gucken dass ich sie angekickt krieg hier an diesem regentag bei mir unter der halle maschine springt an und hört sich jetzt mechanisch denke ich mal ganz anders an als zu dem zeitpunkt als ich sie gekauft habe in bayern ja das macht er jetzt mal wieder aus ja jetzt kann sich der tüv drum kümmern und wird irgendwann angemeldet im frühjahr und kommt zurück auf die straße wünsche euch noch einen schönen tag macht's gut gut